Ausgangsposition, nimm die Füße aus der Schlaufe, presst die Hände fest auf die Matte und die Schultern fest verankern. Heb die Beine 5 cm, bring dann die Beine 45 Grad über Kopf hoch ins Klappmesser, 90 Grad, auf 45 Grad zurück und Rolle kontrolliert zurück. Einatmen, bring die Beine über Kopf, ausatmen, hoch in den 90 Grad Winkel, einatmen, zurück auf 45 und ausatmen, Rolle kontrolliert zurück in die Matte. Wiederhole noch einmal, nimm das Kinn weg von der Brust, halte die Verankerung, halte die Ausrichtungslinien. Um die Übung zu beenden, senke die Beine zurück auf die Matte. Das war's, das war's, das war's, das war's. Wir sehen uns im nächsten Mal, dauerst du mal, do ob Füße ausgerichtet. Vielen Dank.